Rechts, komm! Unser Vorhaben bleibt, endlich wieder einmal in einem Europapokalwettbewerb teilzunehmen. Die damals formulierte Zielstellung entsprach unseren Möglichkeiten. Diese Ziele sind bislang nicht erfüllt worden. Nun, ich glaube, dass heute der Knoten bei der Mannschaft platzt. Ich glaube schon, dass wir recht zufrieden sein können bei unserem ersten Spiel im Europacup. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt.